Jo, heute zurück zu Alan Wake, wir sind immer noch hier in der Gedankenwelt von Saga und wir glaube können hier ein bisschen profilen noch, weil es geht ja darum das Herz zu finden und Nightingale ist ja irgendwie abkömmlich. Mal gucken. Aha, der Übergang. Ich weiß, Nightingale ist hier irgendwo am Cauldron Lake. Der Baum war ein Grenzbereich. Dieser Ort und der dunkle Ort, das ist zu viel für Sie. Nächster Halt, Caldera Street Station. Die Schwelle. Eine Art Zugang, der zu Nightingale führt? Hat irgendwie mit einem Baum zu tun. Witch's Lady. Ich brauche Nightingales Herz für den Übergang. Wo ist es? Ein Kultist lehnte sich nah heran. Er war da, aber er war aufgestanden. Nightingale war dort. Das Gegenteil von Sonnenflecken. Wer hat das gesagt? Das ist es nicht. Ich habe nicht alles, was ich brauche, um das Herz zu finden. Es muss mehr geben. Nightingales Herz. Wo ist es? Okay, fresh. Lass es auch mal hin. Müssen wir hier noch ein bisschen interpretieren. Ja, oder? Hat er sein Herz gestohlen. Raus aus meinem Haus. Nightingales Herz liegt in einem Kühlschrank im Wagenkast. Okay, dann baust du dich einfach da so hin. Sehr nett. Wo ist das Herz, war hier die Frage. Wo ist das? Ja, die Antworten darauf habe ich schon. Okay, gehen wir da hin. Ich muss im Warenhaus nach dem Herz suchen. Okay, so. Das Warenhaus. Wir müssen eigentlich nur zurück, ne? Vergiss nicht aufzuspeichern. Okay. Danke. Boah, ist es ätzender Geräusch. Ganz ätzende Geräuschkulisse. Also, wenn da ganz viel Licht ist. Mal da mal gucken. Und das ist außerdem auch das Warenhaus. Kann man hier auch... Lädt sich irgendwann mal die Taschenlampe auf. Jetzt lass mal kurz überlegen, wenn hier... Wo ist denn hier ein Kühlschrank gewesen? Hier, oder was? Hinter der Bar? No. Ah ja, da hinten drin. Oh, Alter. Alter. Uh. So, kleine Kühleinheiten hier. Nö. Das da hinten, das Ding hier, oder? Da drin. Hm. Alles nur Waschgedönse. Mhm. Dann ist es die verschlossene Tür. Raus hier. Komm. Wer findet einen denn nicht in der... In der Lampe, an der Lampe, oder? Okay. Okay. Und alles weg. Sehr nice. Okay. Wie kriegen wir den kaputt? Ah, okay. Okay. Jetzt können sich die Schmerzmittel heilen. Okay. Flup. Haben wir Schmerzmittel? Okay. Und wie komme ich da hin? Ah ja. Wer ist Schmerzmittel? Bist du Schmerzmittel? Woran sehe ich das denn? Was was ist? Ach so, steht da unten. Wenn wir mal ein bisschen... Okay. Also, wir machen mal das Ding aus. Traumakissen. Dubeschmerzmittel. Okay. Und wo ist mein Zustand? Schmerzmittel eins von vier. Wo ist meine Gesundheit? Ist das... Ist das dieser... Dieser Halbkreis da, oder? Okay. Heilen. Nachladen. Sehr schön. So. Und Jimmy ist ja wohl hoffentlich jetzt... Da müssen wir rein. Und da wird ja hoffentlich irgendwo keine Kühltruhe sein. Die da zum Beispiel. Kriegen wir das auf? Jawohl. Schon mal gut. Herzchen, komm. Okay. Wollen wir uns den mal reinziehen? Ach so, das ist das. Ich will gebrauch auf der anderen Seite des Spiegelzell rein. Der Text auf dem Herzen ist jetzt besser erkennbar. Und lesbar. Alter, trag doch mal Handschuh. Ja, total. Macht voll Sinn. Ja, schön klar. Das Herz. Ich wusste, dass es hier ist. So. Als hätte ich es im Traum gesehen. Und jetzt muss ich das Herz der Hexe überreichen. Macht auf jeden Fall Sinn. Hm. Was ist der Witz hier? Fortuna an der Kasse. Ist eine Zahl. Ist eine Zahl. Okay. Fortuna, dies, das Glück. Oder was ist Fortuna? Fortuna, du bist Kasse und Fortuna ist die Kasse. Don't forget Update Code. Okay. 705 713 Okay. 717 723 513 1723 Was ist das das Lotto-Ding? Äh, wie, wie, bitte? Also, das ist ein Los. 05 013 017 017 017 023 So 39, 45 haben wir hier. Also, 739 oder 745, oder? War da noch was? Warte mal. Das da oben. Also, ich sag 739 ist es dann. Probieren wir es mal. Oder 745, aber 739 wird die nächste sein. Äh, hier. Hm, was haben wir hier noch? Willst du mal? Guckst du es mal an? Kein Bock, wa? Okay, komm. 7 Na, komm. Fresh. Okay. Du kannst Waffen aus dem Inventar in Schnellauswahl. Okay. Ja, okay. Und wie meint das Schrotflinte in die Schnellauswahl? Ching. Schnellauswahl. Hm, packen wir mal da hin. So, und das Zeug hier auch in die Schnellauswahl. Und zwar da hin. Und was haben wir hier? Traum vergessen. Haftmanlage stellt eine beträchtliche Menge an Gesundheit wieder her. Ja, Schnellauswahl. Und zwar da hin. Und der Rest ist ja, okay, was ist das hier? Talisman erhöht die maximale Gesundheit. Danke. So, äh, achso. Wie viel Schuss haben wir da? Gar keine. Okay, das ist natürlich noch nicht so gut. So, ganz ehrlich, also wir wissen ja jetzt, wie das mit dem Herzchen geht. Und dann könnten wir rein theoretisch Ich hatte das irgendwie so verstanden. Bist du unter der Lampe? Danke für die Warnung. Ich suche noch immer einen Weg zurück. Ihr Orientierungssinn ist miserabel. Ich finde mich mit verbundenen Augen und betrunken in jeder Stadt in Amerika zurecht. Okay, okay, beträchtlicher Anteil. Weil, das hätte man wirklich mal gucken müssen, was das so bringt, wenn man wirklich komplett down ist. So, also, äh, wir wollen eigentlich hier gar nicht lang. Sondern eher so diese Richtung, ne? Zu diesem Hexenhäuschen. So, die Mucke ist nicht nett. Äh, ne, wir sind hier richtig, müssen hier runter. Am besten zu der nice Lampe, ohne gleich drauf zu gehen. Obwohl Hexenhäuschen ist für Speichern nicht schlecht. Jetzt haben sie uns ja gesagt, Speicher häufig. Und ich sag's dir, irgendwann wird da mal einer auf uns warten. Weil immer speichern geht jetzt auch nicht. So, schnell speichern ist x, ne? Ja. Das ist gut. So, Ritual. Irgendwas mit... Oh, moin. Okay, die roten Dinger bringen was. L1 ermöglicht dir, feindliche Angriffe auszuweichen. Okay. Let's go. Gehen die auch drauf? Irgendwie musst du auch mal drauf gehen. Okay. Ist das so. Ich hatte verstanden, dass wenn man an dem Licht steht, kommt die Energie wieder weg. Und wenn man die weggechillt hat, lassen die einem was da? Na gut. Es gibt es weniger Master. Na gut. Na gut. So, mein Herzchen. Flipp. So. Die Welle brach auf der anderen Seite des Spiegels herein. Ich hab das Herz dabei, Hexe. Zeig mir den Schreck. Nicht schlecht. Verdammt. Besiege Nightingale. Okay. Okay. Okay, da, Bäumchen. Da gehen wir durch. Aber wenn wir hier schon Logan, Logan, dann lassen sie mal gucken. Ey, Moment mal. Doch, von mir kamen wir. Wo bist du? Ruhig nochmal gucken. Hm? Sieht so aus, als müssten wir hier nicht zwingend hin, ne? Ne. Besser mal nachgeschaut. Okay, gehen wir im Querfeld ein. Geht das? Natürlich nicht. Dreieck, Dreieck, noch mehr. Irgendwie Kulti-Zeug. Ja, komm. Okay. Okay, wieder Jumpscare. Ja. Ja. Würde ich auch so sehen. Also wir wissen, wenn wir in dieser Gedankenwelt sind, sind wir trotzdem nicht geschützt. Aber hier sieht es hier im Moment ein bisschen chillig aus, oder? So, nochmal gucken. Obwohl die Mucke nicht so gut ist. Ja. Mal kurz gucken, dass wir vielleicht... müssen wir uns hier was überlegen. Herzchen ist da. Flupp. Okay. So, müssen wir vielleicht noch ein bisschen hier profilen. Ne, es sieht nicht so aus, ne? Und wir haben alle Inhalte... Achso, Moment mal. Ziele. Ja, Nightingale besiegen. Okay. Also, sie sagte, gehen wir wieder zurück. Ne. Es könnte halt sein, dass dann eben alles... nochmal so ist, wie... nochmal anders ist, ne? Ah, hier ist zu. Oh. Hm. Okay. Wir wissen, wenn wir runtergehen, geht's los. Let's go. Kann man denn eigentlich... äh... Ach, sind das Batterien hier? Ah. Benutzen. Mindestens mal zwei Balken. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Und jetzt nochmal kurz geguckt. Wir haben ja Schrote, aber die ist leer. Ja. Ist wie es ist. Oh, Leute. Mal die Lampe an. Ja. Ja. Der Schriftsteller schrieb wieder. Der Schriftsteller schrieb wieder. Noch eine freshe Seite. Okay, dann kann er auf der anderen Seite auch noch eine freshe Seite sein. Lass mal ruhig mal gucken. Boah, ist das ätzend. Ja. Nighty. Ah, okay. Let's go. Gute Frage. Gute Frage. Na, wäre ja der Klassiker sonst, ne? So, wo zum Teufel sind wir? Das ist die große Frage. In Nightys Höhle. Ah, den Klicker habe ich garantiert nicht. Sollte dir nicht weiter suchen, zeiten sie mir den Klicker. Hm. Halluzination. Sehr nice gemacht, ne? Ja, muss man mal sagen. Finde ich schon cool. Oh, wir speichern. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Oh, manesday. Na gut. Na gut. Oh Gott! Oh, oh, oh. So, das sind immer legeleutert, ne? Ja, ja. Okay, weg hier, ja. Geh weg. Null Amo ist nicht gut. Junge, wo sind wir hier? Ja. Junge! 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 so wie kriegen wir den weg man das kann ja nicht sein dass wir 100 jahre auf den raub verlammen müssen ja Keine Munition, nicht gut Mensch, geh weg Hau down, der Junge, hässlicher Vogel Junge, 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 Schramme abgekriegt Das ist ja gut Was ist los? Wer sind Sie? Ich kann mich hören. Ich bin Saga Anderson, FBI. Ich kann Sie hören. Cauldron Lake. Ja. Ich bin am Cauldron Lake. Wo sind Sie? Wir müssen entkommen. Ich bin in Gefahr. Da ist dunkel. Hm. In Gefahr. Danke. Verstanden. Hey! Sind Sie okay? Nein! Ich bin schuld! Er entkam! Mit meinem Gesicht! Scratch! Sir! Ganz ruhig! Atmen Sie tief durch! Er hat die Geschichte verändert! Das... Das Dunkel! Wir müssen es aufhalten! Bevor... Ganz ruhig! Ganz ruhig! Eins nach dem anderen! Wie heißen Sie? Ich heiße... Alan Wake! Ich bin Autor! Ich war... Wake? Woher kommen Sie? Sie werden seit 13 Jahren vermisst! 13... Und wo kommt dieser dreckige Vogel her? Mhm! Wo waren Sie? Das Funkgerät funktionierte plötzlich nicht mehr und dann verschwand die Überflutung einfach! Seltsamer Wald! Ist das der, für den ich ihn erhalte? Casey, das ist Alan Way! Machen wir die Taschenlampe aus! Mensch! Mr. Way! Optional untersuche den vorherige Flutenden Bereich! Ja klar, machen wir! Casey, wir treffen uns vor Ort, nachdem ich mich umgesehen habe! Wenn sich die Überflutung zurückgezogen hat, gibt es dort jetzt vielleicht neue Beweise! Du bist in der Mötschepampe, die... So sieht das aus! So! Alexa! Wie? Ja! Bin ich noch immer? Okay! So! Mehr machen wir dann aber erst beim nächsten Mal, ne? Nein, das kann nicht sein! Also, bis denne! Ciao! Ich bin draußen! Ja, der Privatdetektiv in Ihrem Buch heißt... So wie ich! Gut! Dann mal weiter! Bis zum Auto dauert es eine Weile, Wake! Bereiten Sie sich vor, dann geht es los! Ich brauche noch eine Minute! Codron Lake! Ich dachte, ich würde nie hierher zurückkehren! Lassen Sie sich Zeit! Doch Sie sollten wissen, dass der Wald gefährlich ist! Ja! Ach! Es wird dunkel! Haben Sie eine Taschenlampe? Ohne Licht ist es nicht sicher! Ich habe ein Licht! Und eine Waffe! Ganz ruhig, Wake! Und die Seiten! Wenn Sie irgendwo Seiten mit Text finden, müssen Sie sie sicher aufbewahren! Unser Leben hängt davon ab! Ich glaube, ich bin darüber... Ich freue mich schon über ihn!